Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ich hoffe, ihr habt euren Early-NFT von der Core-Blockchain schon gesichert. Und wenn du das noch nicht hast, ist es nicht weiter schlimm. Ich helfe dir jetzt in diesem Video dabei, den Early-Adapter-NFT zu sichern. Legen wir los. Was ist zu tun, gehen wir das Thema ganz kurz durch. Wie werde ich ein Early-Adapter und erhalte das Early-Adapter-NFT? Sie müssen ein paar einfache Schritte ausführen. Werden Sie ein Early-Adapter von Core-Pass. Schritt 1, laden Sie die Core-Pass-Test-ID-Anwendung herunter. Da gibt es zwei Möglichkeiten für alle Android-Nutzer. Einfach hier über den Google Play-Link gehen. Die iOS, also Apple-User, die müssen über Test-Fly-Anwendungen gehen. Das machen wir gleich. Gehen wir zu Schritt 2. Wenn also der Core-Pass heruntergeladen ist, überprüfen Sie mindestens ein Dokument auf ein erfolgreiches Key-Wisee. Das heißt also, wir machen dann dort unseren Key-Wisee. Ich lade dann meinen Personalausweis hoch. Und dann warten wir auf die Genehmigung des Key-Wisees. In dieser Zeit gibt es dann Schritt 3. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Das müssen wir dann einfach auch nochmal tun. Das ist aber auch kein Problem. Machen wir weiter. Folgen Sie unseren Social Medien und melden Sie sich als Early-Adapter an. Um den Prozess zu vereinfachen, wurde über die Google Forms Plattform ein spezielles Formular eingerichtet, in dem Sie alle Schritte schnell und einfach erledigen können. Das haben wir hier mit dem Link. Und dann sieht das so aus. Gehst hier auf Beantworten. Dann meldest du dich mit deiner E-Mail-Adresse an. Aber hier ist glaube ich, ja es ist Google, da ist es noch egal. Wichtig ist nur, wenn du jetzt hier weitergehst, dass du hier auf jeden Fall die E-Mail-Adresse und das alles verwendest. Du kannst es sehen, von mir ist es hier noch eingetragen. Hier unten ist es halt super wichtig, dass du die E-Mail-Adresse verwendest, die du auch benutzt hast, selbst benutzt hast, als du dich im Corepass angemeldet hast. Hier oben wird deine Corepass-ID dann eingetragen. Das ist mein Username auf Twitter. Hier einer, das ist mein privater Account. Ich habe hier noch den AdBrain2Chain. Das ist dann der von der Medialux. Ja, mein Name und dann geht es einfach weiter. Dann sind hier diese vier Kanäle auf Twitter einfach zu abonnieren. Und ja, das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Dann versendest du das. Vorher sind halt die Dinge zu machen, dass dein Corepass installiert ist. Und ja, dein Corepass installiert ist, dein Keyword-Seed dort gemacht ist. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Also wir beginnen jetzt, indem wir uns genau an die Vorgaben dieses Blogpostes dann einfach halten. Beginnen wir damit, dass wir uns Schritt 1, den Corepass installieren. Ich habe mir diese Webseite auf dem Handy aufgemacht. Habe dort natürlich auf den Link für iOS, weil ich Apple habe, auf Testfly geklickt. Und jetzt machen wir das Ganze gemeinsam. Ich klicke also hier drauf, sehe, die neueste Version ist die 1.6.7. Und unten drunter in Klammern, die 190 gilt noch 86 Tage. So, und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, ob ich einen komplett neuen Account erstelle oder halt hier unten draufklicke und stelle einen Account einfach wieder her. Aus den Seed-Wörtern die Phrasen, die ich mir gesichert hatte. Aber bei meinem letzten Corepass, den ich hatte, war ein Fehler drin, dass er einfach meine Keyword-Seed-Daten nicht genommen hat. Das heißt also, ich konnte da nichts machen, deswegen mache ich keine Wiederherstellung, sondern ich mache jetzt einfach einen komplett neuen Account. Also das hier ist einfach eine Warnung, die kommt natürlich, weil sie sagt, wenn du jetzt hier eine Wiederherstellung oder was machst, dann können deine Daten komplett verloren gehen. Also ich muss wirklich sagen, es nervt gerade so etwas und zwar, es kam eine Warnmeldung. Ich habe ja meinen Corepass komplett deinstalliert und es kam eine Warnmeldung, wenn ich jetzt keine Datensicherung hätte und auf Weiter- oder Überspringen klicken würde, wären meine komplette Daten weg. So, ich bin dann auch jetzt gar nicht weitergekommen, sondern jetzt stehe ich hier und vor einem schwarzen, ihr seht nur einen schwarzen Bildschirm, bei mir steht hier Enter your Seed-Phrase. Das heißt also, ich muss jetzt hier meine 24 Wörter hier eingeben und dann gucken wir einfach mal weiter, was da passiert. Ich hoffe, dass das dann jetzt einfach sauber vonstatten geht. Also nun habe ich meine 24 Wörter eingegeben und jetzt verlangt er den PIN, den ich damals vergeben hatte. Okay, jetzt fragt er, ob er die Biometrie-Data verwenden darf. Ja, meine Gesichtserkennung aktiviere ich. Und nun beginnt der Wiederherstellungsprozess und jetzt sind wir mal gespannt. Das hat funktioniert. Sehr schön. Klar, Corpass fragt jetzt überall nach, ob er darf. Natürlich darf er. Ich bin mal gespannt, weil in diesem Account hatte ich schon mal KeyWrC gemacht. Aber auch hier ist Load Failed. Also pass auf, zeigt Load Failed. Also ich glaube, dass dieser Account mich nicht wirklich weiterbringt. Aber wir werden es jetzt einfach sehen. Da probieren wir es doch einfach mal aus. Und zwar, hier sind nur noch Test Core Coins drauf. Jetzt machen wir hier mal einen Test Kauf. Ich kaufe mal 10 Token. Und da ist ja die Nummer mit, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und zwar, gehen wir nochmal auf die Anleitung zurück. Hier steht nämlich, es gibt eine Test Kreditkartengenerator. Das ist also für die Fake Kreditkarte zu erstellen. Und genau hier, diese Daten brauchen wir hier draufklicken. Da hast du hier alle Daten. Und diese Daten, die gehen wir jetzt hier einfach ein. Also hier machen wir einfach nur Card. Egal, das ist egal, was da oben drin steht. Die Nummer hier ist wichtig. Das ist dann die 4 4 6 1 2 8 1 9 1 0 6 7 0 6 0 6 7 5 5 0 3. Die mache ich mir jetzt schon gleich in den Zwischenspeicherer. Wenn ich nochmal kaufe. Ups, meinst, so. Hier. Zack, zack, zack. Copy. Dann haben wir die schon mal gespeichert. Und hier geben wir ein 0 6 29 und dann die Prüfnummer ist die 684. Mehr müssen wir nicht machen und gehen hier auf Inputkarte und kaufen uns Token. Das hat also funktioniert. Super, gehen wir zurück. Jetzt holen wir uns hier oben noch ein paar, das waren jetzt, was habe ich hier gemacht, TestCoreCoin, TestCoreToken. Habe ich jetzt nicht genau aufgepasst. Machen wir nochmal, CoreToken. Machen wir das gleiche einfach nochmal. Zack, Cardholder lassen wir so. Hier machen wir nochmal die Daten rein. 0 6 29. Also ihr müsst ihr euch eine eigene Karte nochmal dann aktivieren. Die wird also nicht mehr gehen, wenn ihr das hier abschreibt. Also geht schon nicht mehr. Hier oben haben wir noch den Namen, dann nochmal Card. Zack. Und probieren das Ganze nochmal. Also super, jetzt warten wir bis das vorne gut geschrieben ist und versuchen jetzt einfach mal, hier seht ihr, sie sind angekommen. Jetzt gehe ich hin und gehe hier auf NFT Voucher und sage Buy NFT Voucher und laut Liste wollten sie, dass ich einmal meine E-Mail Adresse hier verifizieren. Das machen wir dann einfach mal, gehe hier drauf und ich brauche, hier könntet ihr auch die Kreditkarte hinterlegen, aber das wollen wir, brauchen wir ja nicht. Wir haben ja hier welche im Guthaben. So, soweit kam ich in dem letzten Core Pass auch. Jetzt gilt es darum, hier auf blau zu klicken und die E-Mail Adresse von mir auch wirklich, jetzt nehmen wir die hier von dem Core Pass. So, und bestätigen die mit Fertig und schauen mal, was passiert. Kann nicht, passiert nichts. Also, ich komme hier wieder auch nicht weiter. Liebe Core, ich kann euch jetzt schon sagen, ihr wisst, ich liebe euch, ich feiere euch, ich verfolge euch von Anfang an hier auf meinem Kanal. Aber das hier nervt mich gerade tierisch ab. Wenn mich das schon abnervt, wie nervt das dann erst jemanden ab, der nicht jeden Tag damit sich befasst. Das muss jetzt einfach mal raus. Des Weiteren wäre es einfach auch mal an der Zeit, jetzt endlich mal Deutsch, Englisch, alle gängigen Sprachen hier einzufügen. Ich denke, das hätte eure deutschsprachige Community auch verdient. So Leute, sogar Testfly habe ich komplett entfernt und habe jetzt alles wirklich komplett runtergeschmissen. Catch gelöscht im Google Chrome Browser und jetzt parallel, wie gesagt, alles nochmal gerade neu am Installieren. Und ich mache jetzt nochmal, das dritte Mal jetzt komplett einen ganz neuen Chorpass auf. Jetzt kommt schon wieder diese Meldung. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, über diese ganze Warnmeldung da irgendwie drüber hinweg zu kommen. Und jetzt kann ich mir einen neuen Pass erstellen. Und wie ich euch ja schon in den anderen Videos ja alle gesagt habe, müssen wir hier aufpassen und darauf achten, die 24 Wörter richtig zu notieren. Und das werde ich jetzt tun. Und da brauchen wir hohe Konzentration. Also ich gehe jetzt hier, ich werde nicht wiederherstellen. Ich mache jetzt den dritten Pass und gehe auf den Account und mache hier einfach einen komplett neuen Account auf. Also ich habe mir jetzt den Chorpass installiert, nagelneu. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Ich scheine es geschafft zu haben. Also nochmal ganz kurz, wer Stress hat, dass seine KeyWise-Dokumente einfach nicht hochzuladen sind. Und ich rede jetzt von Apple, also von iOS. Dann geht hin, schmeißt Testfly runter, also runterwerfen, komplett deinstallieren, den Chorpass deinstallieren, in eurem Browser gehen, dort alle Einträge einfach löschen, Handy einmal neu starten und dann die Vorgänge wiederholen. Und jetzt sind wir hier und meines Erachtens sieht das sehr gut aus, weil hier vorne steht jetzt schon die Dokumente und die Kontaktinformation und so weiter. Das war eben nicht da. Und genau aus diesem Grund starten wir jetzt die Operation, den Early NFT zu adoptieren. Okay, legen wir los. Wir müssen hier jetzt unser KeyWisee machen. Ich lade jetzt hier einfach den Passport Identity Card hoch und dann legen wir doch mal los. So, jetzt haben wir natürlich kein Geld hier auf dem Account. Und deswegen müssen wir diese gefakte Kreditkarte nochmal holen. Die habe ich normal noch im Speicher, aber Quatsch, ich habe hier einen Neustart gemacht. Also müssen wir sie von Hand eingeben. Wir haben anfangs schon eine erstellt. Den Link für so eine gefakte Kreditkarte zu erstellen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. 1, 9, 1, 1, 9, 1, 0, 6, 7, 5, 5, 0, 3, das war es, 0, 3, genau. Jetzt kopiere ich mir die in den Zwischenspeicher. Die werden wir nämlich nochmal brauchen. Kopie, zack. Dann haben wir hier das Datum, wie lange die Karte läuft und die Prüfnummer. Alles andere braucht ihr nicht auszufüllen. Auf Next und dann gucken wir mal, was da passiert. Bingo. Der Vorgang läuft. Also das ist normal, dass das immer ein bisschen länger beim Kaufen das länger laden kann. Das ist normal. Bingo. Also das hat funktioniert. Das hat aber auch eben bei den alten Versionen auch so weit geklappt. Der entscheidende Punkt ist jetzt, wir starten jetzt das Key by C. Und schaut es euch an. Genau das, das hat nicht funktioniert. Und das finde ich sehr gut. Das Ganze machen wir jetzt natürlich. Wiederholen wir natürlich. Muss hier mein Gesicht einscannen. Bingo. Also es wird jetzt geprüft. Das warten wir jetzt einfach mal ab. Das haben wir getan. Gehen wir hin und die Kontaktinformationen. Hier scannen wir einfach die haupte E-Mail-Adresse. Das heißt, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Sehe ich. Also ich gehe nochmal eins zurück. Warte mal. Da wird der Monitor automatisch schwarz. Also ich fülle jetzt hier in meinem Korpus weitere Dinge aus, die vonnöten sind. Denkt dran, alles was wir jetzt hier hochladen, wird automatisch zum NFT. Ich sichere jetzt in meinem Korpus meine wichtigen beiden E-Mail-Adressen. Einmal die private vom Korpus und die zweite vom Geschäft, meine Handynummer und meine Adresse. Also das machen wir und dann sehen wir uns nochmal. Also wie ihr sehen könnt, das funktioniert wie im Schnürchen. Da vorne könnt ihr sehen, Government, Dokuments 1 von 4 sind schon hoch. Kontaktinformation, meine E-Mail-Adresse, die habe ich auch schon mal hochgeladen. Ich mache das, wie gesagt, jetzt Telefonnummer. Ich mache das jetzt einmal komplett fertig und dann gehen wir weiter und füllen das Formular aus und dann zeige ich euch, wie wir zum NFT kommen. Ich mache das auch so. Also ich habe mir jetzt einfach, damit ich nicht bei jedem Hochladen quasi immer nochmal kaufen muss und Token hochladen muss, habe ich jetzt einfach mal mehrere Käufe gemacht, wie ihr sehen könnt. Ihr geht dann einfach links unten aufs Wallet. und von dort aus könnt ihr dann einfach die, also ihr geht jetzt hier auf den Token und dann auf Buy, Continue und dann sage ich immer 10 und dann gehe ich hin und sage Direktcard-Umnahme, dann füge ich, weil ich im Zwischenspeicher die Nummer habe hier ein, Ablaufdatum 0629, die Prüfnummer 684, so habe ich die Vorgänge einfach ein paar Mal wiederholt. Ihr seht, da oben kommen die Token und somit habe ich jetzt Puffer und kann jetzt mein KeyWisee ganz in Ruhe machen, ohne nochmal ständig nachkaufen zu müssen. Also mein KeyWisee ist nun durch. Wichtig ist, wir gehen jetzt zu diesem Google-Formular, um uns das NFT zu sichern. Wir brauchen dort die Core-Pass-ID und die findet ihr hier, also die müsst ihr hier in die Zwischenablage kopieren. Wer sich mit mir connecten will, kann sich einfach diese Nummer hier merken, darf das natürlich sehr gerne tun. Okay, also gehen wir zum Google-Formular. Wir sind hier zurück nochmal auf unserer Medium-Blog-Vorlage. Also hier unten haben wir soweit alles gemacht. Das haben wir und nun kommen wir hier zum Formular. Hier habe ich mich ganz normal mit meiner Google-Adresse angemeldet, spielt keine Rolle. Und jetzt haben wir hier die Daten, die noch auszufüllen sind, also mein Name stimmt. Das Einzige, was ich persönlich austauschen muss, ist hier die Core-Pass-ID, denn die habe ich neu generiert. Die hole ich mir gerade hier aus meinem Zwischenspeicher. Kontrolliere nochmal den Anfang und das Ende des Core-Passes. Das passt. Gut, jetzt haben wir hier die einzelnen Seiten zu prüfen. Ich hatte die schon mit meinem Username, den wir folgen müssen. Ich setze es jetzt einfach hier nochmal einzeln an, gucke, dass ich hier mit dem richtigen Account, muss also meinen privaten Account hier nehmen. So, jetzt bin ich hier angemeldet und wiederhole den Vorgang, dass wir mit dem richtigen Account unterwegs sind. Hier ist er, genau. Folge ich, entfolgen, also ich folge da schon, folge ich auch. Also, jetzt haben wir alles getan. Gehen wir nochmal zurück aufs Formular. Was den letzten Schritt betrifft, twittern Sie bitte den folgenden Beitrag erneut. Machen wir retweeten. Das haben wir gemacht. Also, den Link brauchst du gar nicht einzufügen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Du musst einfach nur retweeten und das passiert in dem Moment, wenn du einfach auf diesen Link hier klickst und dann ist das Thema hier durch. So, ich habe alles gemacht. Jetzt passiert eins. Ich klicke jetzt gleich unten auf Senden. Dann sollte im Idealfall, sollte hier einfach jetzt in den Tagen, in den nächsten zwei Tagen eine E-Mail kommen mit einem QR-Code. Den scannst du dann in deinem Core-Pass ein und dann findet der Voucher des NFT seinen Platz in deinem Wallet. Also, das war doch eine längere Mission, aber ihr könnt sehen, auch bei mir läuft nicht immer alles rund. Auch ich kämpfe mich hier durch und verzweifelt nicht immer gleich da draußen, wenn mal etwas nicht so schnell funktioniert, wie es funktionieren soll. Hier bin ich doch nochmal kurz zurück. Und zwar, ich habe hier dann doch nochmal den Hinweis hier angesehen. Das ist mir gerade ins Auge gefallen. Wichtiger Hinweis. Um den NFT erfolgreich zu beanspruchen, stellen Sie sicher, dass Sie über einen ausreichenden XAB-Betrag auf Ihrem Konto verfügen. Um die Transaktionsgebühr zu decken, also es geht darum, dass wenn der NFT euch zugeteilt wird, also nochmal in euer Core-Pass gehen und eben haben wir hier nur diese Test-Core-Token gekauft. Jetzt kaufen wir noch die Test-Core-Coin, den XAB. Mach da einfach nochmal mit der gefakten Kreditkarte zwei Token. Kannst du am Tag kaufen in 24 Stunden zwei Token drauf, Coins drauf, Entschuldigung, und dann sollte das auch reichen. Der nächste Schritt, wenn dein Voucher bei dir im Core-Pass eingegangen ist, ist, wenn sobald die originale, richtige Ping-Exchange da ist, 250 Dollar, entweder in Bitcoin, Litecoin, Ethereum oder der USDT, auf der Ping-Exchange einzuzahlen, dort zwei Trades durchzuführen, im Wert von 100 Dollar auf den XCB oder den Core-Token. Danach, Abschluss, sind sie offiziell ein Early-Adapter. Das machen wir dann. Folgt natürlich das Video, sobald die Ping-Exchange live ist, werden wir das gemeinsam tun. Ich werde euch informieren, also Kanal abonnieren und dann könnt ihr das auch nicht verpassen. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Tschüss.